In diesem Video geht es um die Gameschool-Erfahrungen von mir, wie die meisten Menschen durch mich extrem viel Geld gespart haben, wie du auch heute mehrere hundert Euro sparen kannst mit dieser Webseite. Bleib auf alle Fälle bis zum Ende des Videos dran, weil am Ende habe ich noch ein mega cooles Angebot für dich. Schau es auf alle Fälle wirklich von Anfang bis Ende an, um keine wichtigen Schritte zu verpassen. Und da würde ich sagen, wir beginnen auch schon direkt mit dem Video. Also hier siehst du ganz normal meinen YouTube-Kanal und da zeige ich dir auch gleich die Webseite. Und zwar handelt es sich um die Gameschool-Webseite. Die ist neu jetzt hier, wie man sehen kann, wurde alles neu gemacht. Da siehst du jetzt die ganzen Streaming-Dienste. Für die, die es nicht wissen, Gameschool ist eine Webseite, die es ermöglicht, Streaming-Dienste günstiger anzubieten. Das heißt Abonnements zum Beispiel von Netflix, YouTube Premium, Disney Plus und so weiter. Wenn du das alles ganz normal, wie gehabt, sozusagen kaufen würdest oder ein Abonnement abschließen würdest, kostet das viel, viel mehr als auf dieser Webseite. Und diese Webseite ist auch wirklich zu 100% safe. Ich nutze die jetzt schon seit über 6 Monaten und möchte dir das ganz genau hier in Ruhe zeigen. Deswegen halt die Ohren steif, bleib auf alle Fälle bis zum Ende, weil da habe ich noch ein mega Angebot für dich. Also du siehst erstmal hier, wie das alles aufgebaut ist. Es ist relativ simpel. Die Webseite dazu findest du unten drunter, der erste Link in der Videobeschreibung. Und dann siehst du erstmal hier die ersten Streaming-Dienste, die man hier so bekommt. Wie gesagt, die ganzen vier, die ersten vier habe ich hier schon gesagt. Dann hier Title Plus, Deezer Family, Crunchyroll für Anime, Freaks und Fans, Office 365 für viele, die damit arbeiten wollen. Und vieles weitere mehr. Und warum verwenden 250.000 Menschen Gamesco? Das ist ganz klar, es ist eine Echtzeitlieferung, es ist ein schneller Reset, SSL-Zertifikat, also es ist alles safe. 24-7 Online-Unterstützung, wenn du gewisse Fragen haben solltest. Ein geeigneter Mitteilnehmer, das heißt, du kannst damit sogar noch profitieren. Das zeige ich dir auch in wenigen Schritten. Und du bekommst eine Rückerstattungsgarantie. Das heißt, in den ersten 20 Tagen hast du Zeit. Und wenn du sagst, okay, mich interessiert das nicht oder ich habe mich vielleicht doch nicht so für die richtige Wahl entschieden, kannst du immer noch in den ersten 20 Tagen sagen, hey, ich möchte gern mein Geld zurückhaben. So, dann gibt es hier eine simple Anleitung dazu, wie es funktioniert. Das heißt, du suchst dir eins aus, sagen wir mal Netflix, wie du hier wunderbar sehen kannst, das Video. Dann suchst du dir eins aus, das heißt, wie viele Monate du das nutzen möchtest. Dann gibt es eben nochmal ein Select-Screen, wie viele Menschen da eben darauf Zugriff haben. Und dann kannst du eben ganz normal hier zum nächsten Schritt, Payment, dann siehst du auch schon, wie viel das kostet. Und mit meinem Angebot bekommst du nochmal wirklich bis zu 5 bis 6 Prozent Rabatt. Das zeige ich dir aber gleich in wenigen Sekunden. Und dann gehen wir hier nochmal zum nächsten Schritt. Das heißt, die Anmeldeinformation. Das heißt, du musst dich ganz normal anmelden. Da siehst du hier ganz normal den Remaining-Time und so weiter, den Username und so weiter, Pass-Key. Und dann hat sich die Sache auch schon relativ schnell erledigt. Also, es ist wirklich alles Schritt für Schritt hier super erklärt. Es sind wenige Schritte. Du musst nicht viel Tram-Tam machen in dem Sinne, sondern es geht wirklich sehr, sehr schnell. Dann kannst du dich auch schon hier direkt anmelden. Also, schau dir das wirklich nochmal gerne in Ruhe an, wie gesagt. Aber die Einleitung hier dazu ist wirklich mega top. Kann ich nur empfehlen. Und dann siehst du auch hier, dass 98 Prozent positive Bewertungen hier abgeben. Das heißt, ich habe dazu schon mal ein Video abgedreht zu Gamesco. Gerade für bestimmte Seiten, wie zum Beispiel Netflix oder YouTube Premium. Und die Leute sind mega begeistert. Die bedanken sich dafür, dass ich sozusagen diese coole Empfehlung hier draußen mitgegeben habe. Aber wie gesagt, es ist alles hier ohne Gewehr. Ich übernehme keine Haftung für irgendwelche Dinge. Aber du kannst es selber sehen. Bei YouTube kannst du gerne in meinen YouTube-Kanal reinschauen. Und dann siehst du auch, dass die meisten Bewertungen wirklich sehr, sehr gut sind. Auch in den Kommentaren von mir siehst du, dass die meisten Menschen sich wirklich sehr freuen. Weil man dadurch einfach wirklich mehrere hundert Euro sogar oder noch mehr im Jahr damit sparen kann. Und ich will auch gar nicht so lange drum herum reden. Ich zeige dir die Affiliate-Programmseite. Das heißt, du kannst damit auch Geld verdienen, wenn du sagst, hey, das geht mega gut. Das funktioniert richtig cool. Und ich möchte das gerne meinen Freunden da draußen empfehlen. Und da kannst du dich selber hier ganz simpel registrieren. Und kannst eben, wie gesagt, damit selber sogar Geld verdienen, wenn du das möchtest. Über eine kleine Empfehlung, weil du dadurch eben auch allgemein deinen Freunden eine Freude damit machst. Dass du sagst, hey, ich kenne auch eine Seite, wo man das eben günstiger bekommen kann, statt den Originalpreis. Und dann siehst du hier, wie es eben funktioniert. Es gibt eine kleine Anleitung dazu. Du verbindest das Ganze. Dann kannst du dir das aussuchen, wo du es halt vermarkten möchtest. Und dann verdienst du eben bis zu 15% und 10% nach den nachfolgenden Bestellungen. Also das ist auf jeden Fall eine kleine Summe. Und ich sage mal so, Kleinvieh macht auch Mist, sagt man ja dazu. Warum Gamesco Affiliate beitreten? Hier siehst du es eben nochmal. Da wird das alles sehr, sehr cool aufgelistet, warum das Sinn machen kann. Und wie gesagt, lest dir das Ganze in Ruhe nochmal durch. Hier hast du noch mehrere Dinge, die du hier alles durchlesen kannst. Hier gibt es sogar Leute, wie gesagt, YouTube-Kanäle, Influencer, die das Ganze wirklich professionell machen. Und ja, dann kannst du hier auch schon zum Kundendienst gehen, zum Abonnement und hier eben zu deinem Account. Und jetzt komme ich nun endlich zu dem Angebot, was ich dir da draußen mitgeben möchte. Zum Beispiel sagen wir, wir möchten gerne Spotify nutzen. Das kostet 3,33 Euro im Monat. Du weißt selber, mittlerweile ist Spotify schon wirklich sehr teuer geworden und kostet bis zu 10 Euro. Ich will mich nicht irren. Dann siehst du auch schon hier 10 Euro für 3 Monate. Das heißt 3,33 Euro im Monat. Das kannst du für einmal nutzen, also nur für dich. Oder du sagst für 12 Monate. Da kostet das Ganze eben 23,77 Euro. Was schon mega, mega günstig ist, wenn du überlegst, dass im Normalpreis Spotify ungefähr 8 Euro bis 10 Euro kostet. Das hast du in 3 Monaten, hast du den Preis drin. Und das hast du aber für 12 Monate. Und jetzt kommt das ganz coole. Und zwar habe ich eben einen Promocode für dich. Und zwar kannst du hier eben keinen Gutschein, sondern einen Gutscheincode eingeben. Und zwar mit dem Code KINGDE. Alles groß. Wenn du es anwendest, kriegst du nochmal wirklich ein paar Prozente dazu. Und sie erhalten 47 Cent auf den Preis. Das klingt zwar für dich jetzt nicht viel, aber es ist trotzdem Geld, was man eben noch sparen kann. Und damit mache ich dir in dem Sinne eine kleine Freude. Du machst mir eine kleine Freude. Und es tut dir überhaupt nicht weh. Es sind keine Einschränkungen für dich oder irgendwas. Es kommt nichts auf dich zu, sondern du profitierst einfach davon. Und das ist sozusagen eine Win-Win für beide Seiten. Wie gesagt, mit dem Code KINGDE kannst du nochmal ein paar Prozente sparen. Und dann siehst du auch schon hier, das kostet das Ganze nur noch 23,30 Euro für ein Jahr. Für drei Monate. Hier, wie gesagt, ist nochmal 9,99 Euro. Promocode. Dann gibst du ein Gutscheincode KINGDE. Dann auf Anwenden. Und dann hast du nochmal 19 Cent gespart. Immerhin, jedes Geld ist wichtig. Und jeder Cent wird gleich gewertet. Deswegen, ich kann es dir auf alle Fälle empfehlen. Ich bin mega zufrieden mit dieser Webseite GAMESGO.com. Ganz simpel. Und das Ganze kannst du dann eben zur Zahlung geben. Dann siehst du hier, wie gesagt, die Zahlungsmethode, was du da alles benutzen kannst. Kreditkarte, Debitcard, GiroPay, Trustly oder eben sofort Überweisung, USDT. Das heißt mit Kryptowährungen. Also, das ist dir überlassen, wie gesagt. Und dann kannst du eben zur Zahlung gehen. Und das Ganze dann ganz simpel durchführen lassen. Also, ich kann es dir da draußen wirklich nur empfehlen. Und in der Endcard habe ich noch einen mega Link dazu. Schau es dir auf alle Fälle an. Und damit sage ich, wir sehen uns gleich im nächsten Video wieder.